Willkommen zurück, meine Freunde, wieder einmal zu einem Let's Play Part von Pokémon X. Ja, ähm, das letzte Mal waren wir ja da in einem Spukhaus drin und jetzt sind wir da, äh, wie heißt die Stadt? Haha, Romantia City oder so. Ja, genau, Romantia City sind wir ja. Beseitigungsweise bei der Pokémon Fabrik, äh, Pokéball Fabrik. Mal sehen, ob wir da irgendwie rein können. Da steht ein Mitglied von Team Player. Da drinnen unterhalten sich Erwachsene. Zeit für Kinder, wie dich, nach Hause zu gehen. Gut, das heißt, wir können da nicht rein und das heißt wiederum, äh, dass wir in die Arena gehen können. Da kam gerade jemand online. Ah, Brandon. Mhm. Gut, also, die Arena ist gleich hier. Ähm, ja, das ist ja die Feen Arena. Und wir haben da zu Beginn Kasutze und Glurakia. Ich hoffe, da gibt es Doppelkämpfe. Ich will diese Attackenkombinationen nochmal ausprobieren. Äh, wie kommen wir da? Achso. Wow, das sieht ja noch geil aus. Äh, gibt es da einen Trainer? Oder geht nicht? Können wir da? Yeah. Da steht ein reichlich altmodischer Trätmaschine. Äh, eine Schneidepuppe. Blablabla. Da könnten wir durch und da könnten wir durch. Also gehen wir mal da rein. So, Marco kommt da gleich online. Das ist ein Freund von mir. Wir werden ihn gleich mal mit einem Toll bemerkbar machen. So, also, was haben wir denn hier? Badewanne. Gibt es denn ja keine Trainer? Äh, Moment. Nein, wir können da gerade kein Spielchat machen. Äh, ich konnte nicht auf Nein drücken. Ah, jetzt ging es. Ähm, ja. Moment kurz. So, tut mir leid. Eben, wie gesagt. Wo sind hier die Trainers? Hier gibt es endlich mal eine. So, komm schon her. Lass uns kämpfen. Wir sehen aus wie Puppen in einem Puppenhaus. Sind das so nicht raus? Äh, auch? Ne, finde ich nicht. Tut mir leid. Kimono-Trägerin Ganoe. Ähm, ja. Ja. Das ist ein Pokémon, das aussieht wie ein Schlüsselanhänger. Ihr habt recht. Ja. Ist nicht unbedingt eines, das mir gefällt. Aber egal. Wenn Quashu zu ist, setz da, wenn es schneller wäre, mal die Wassersäule ein. Mal sehen, wie das Ganze aussieht. Ja, nicht schlecht. Ja gut. Dann setzen wir als nächstes einfach mal Wassersäule ein und besiegen es. So. Äh, Ganoe. Setz Kirli ein. Das ist ja immer okay. Äh, ich glaube, ich habe mich das schon mal gefragt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, eben. Traslag, Kirli und Gardewars sind alle Fee-Psycho. Aber Galagladi. Ist das auch Fee-Psycho oder ist das Kampf-Psycho? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht werden wir es ja einmal sehen. Ich weiß es aber nicht. Naja. Granbull. Äh, ja, setzen wir ein. Ach, ich kann es nicht einsetzen. Aufgrund des Volkerknechtes. Naja. Surfer geht auch. Ach, scheiße, die Wandern. Naja. Kommt bestimmt Evoli. Ne, Glurak. Ja, okay. Das geht in Ordnung. Mit dem setzen wir auch gleich mal Feuersäule ein. Puff. Das heißt, es wird auch noch eine Pflanzensäule geben. Hundertprozentig. Sonst würde es ja irgendwie keinen Sinn geben. Ja. Ähm, soll ich den E-Beteiler einsetzen? Ich glaube nicht, da wir Evoli im Team haben. Und wir wollen den schließlich nicht trainieren. So, und da gibt es reichlich Trainer. Angriffe eines bestimmten Tipps sind weglos gegen unsere geliebten Feen-Pokémon. Ja, von mir aus, wir haben ja... Ja doch, wir hätten da... Eine Drachenattage, soviel ich weiss. Drachenklaue von unserem... Ähm... Von der weiteren Tüttelung von Balgoraz. Alter, ich vergesse den Namen da ständig. Moment. Monargoras. Mein Gott. Dieser Name ist einfach zu kompliziert. Naja. Quajutsu setzt doch mal Wasser-Shurik hinein. Und das? Ja, okay, das gibt nicht allzu viel Schaden. Naja. Greift ja öfters an, zum Glück. Fünfmal gleich. Okay. Was ist das? Diebeskuss? Alter. Ist das eine Fee-Attacke? Fee ist sehr effektiv gegen Unlicht oder gegen... Ach shit, ich hätte mich der auch einsetzen sollen. Falsche Attacke. Ja, eine... Ja, das... Scheiß, die waren dann. Nein, mein Quajutsu ist gestorben gegen ein harmloses B-Pokémon. Alter, was geht denn da ab? Glurak, du musst Quajutsu rächen. Äh, ja, setz ihn da auf, mal durch Funkenflüge. Nein, ich kack mich an, mich da in einen Mega-Hurak zu verwandeln. Geht einfach zu lange. Ich mache das nur, wenn der Gegner mehrere Pokémon hat. Ja. Und wir haben da eigentlich nur zwei Mega-Pokémon. Also, nachdem noch Dingenskirchen... Ähm, wie heißt es? Äh, Despotar, wenn das in unserem Team ist, das hat ja auch noch eine Mega-Entwicklung. Aber wir bekommen... Ah, genau. Das wollte ich auch noch erwähnen. Larvitar, beziehungsweise Stolunior... Oh, falsche Pokémon schon wieder. Erhalten wir erst in der Siegesstraße. Ja, das dauert ein bisschen lange, aber... Ja. Wir nehmen es, wie es kommt. Was, schon die Arena-Leiterin? Kannst du mich verarschen? Ja, von mir aus... Komm schon. Spiel mir auch keine Rolle. Hallihallo. Taken, Trainer. Na, haben wir die Warpfelder... Äh, Warpfel... ...gehörig das Köpfchen verdreht. Mir auch immer. Auf in den Kampf. Ich, Valerie, kämpfe mit dem Pokémon von Typ V. Sie mögen aussehen wie sensiblen, aber aber ganz schön was drauf. Ich kann dir da schon zustimmen. Es sehen aber wirklich alle Feen-Pokémon wie... ...kacke aus. Naja, Flunkkiffer ist ja auch vom Typ V neu. Das sieht nicht schlecht aus, muss ich schon sagen. Hat ja auch eine Mega-Entwicklung. Aber trotzdem... Es sehen alle mehr oder weniger kacke aus. Außer Guard of War. Flunkkiffer, sage ich jetzt noch. Ähm... Und eben Silveon, also Felinara. Und... Ja, Pontimos geht ja noch. Ist einfach halt... ...von Typ Psycho zu Fee gewerselt eben. Ja. Ich weiß aber immer noch nicht, was wegen Fee sehr effektiv ist. Wäre nett, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könnt. Äh... Es stärkt die physische Not. Okay. Hm. Ähm, 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 ähm. Ja, egal. Einfach mal Wassersäule einsetzen. Puff. So, und nun kommt ein Felinara, soviel ich weiß. Würde irgendwie auch logisch sein. Ja, eben. Sag es doch. Und wir wälzen mal unser Pokémon, und zwar zu Relaxo. Los, Relaxo. Zeig dem Felinara, was du kannst. Aha, das ist ja so süß. Aber... Leider wirst du keine Chance gegen mich haben. Oder doch? Oh. Aua. Nimm das. Ja, okay, das gab ja auch nicht sehr viel Schaden. Setz mich einfach Body Slam ein, das geht schon. Ich habe einfach Surfer und Donnerblitz habe ich meinem Relaxo nur beigebracht. Äh, falls wir mal zum Beispiel gegen einen Flug-Pokémon kämpfen müssen und wir noch scheiße wandern, hat das eine Defensive-Stat, ja, sagt man so. Alter Schwede. Ja, komm. Jetzt sinkt noch der Angriff. Ja, wenigstens ist es paralysiert. Ja, wenigstens ist es paralysiert. Das ist doch schon mal was. Gut, setzen wir auch gleich mal Surfer ein. Nimm das. Gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden als, äh, wie heißt es, äh, Stärke, beziehungsweise Body Slam. Da... Relaxo ist an, der drastisch gesunken ist. Gut, der ist paralysiert, der will sich aber nun mit einem Hypertrank heilen werden. Seht ihr? Und das nachher noch gleich ein zweites Mal. Nehmt das, Felinara! Alter, das geht mir aber ganz ehrlich gesagt echt zu lange. Wir wissen lieber. Äh, ne, Monarchoras werden wir nicht nehmen, denn es ist sehr vertief gegen mich. Also senden wir unser Glurak in den Kampf. Los, Glurak! Und wir werden das Glurak auch nicht mega entwickeln, weil es dann... Ne, es würde dann normal sein. Ja, also spielt es ja keine Rolle. Setzen wir einfach mal Feuersäulen ein. Puff! Yeah, das sieht einfach zu geil aus. Sternenschauer? Hm, wie soll denn das? Naja. Äh, ja, setzen wir da einfach mal Schlitz rein. Mal sehen, wie viel Damage das gibt. Ach, verdammte Scheiße. Und nachher heilt es natürlich sowieso wieder. Äh, ja, komm. Mein Gott. Das ist scheiß Felinara, muss ich schon sagen. Ja, wir werden mal das Glurak da auch heilen, weil ein Schlag von dem und wir sind weg vom Fenster. Hier, Glurak, nimm. Hier, Glurak, nimm. Das wird dich gut tun. Dann hätten wir sogar einen Free-Attack gehabt. Naja, es reicht trotzdem. Glurak erhält 1656 und Relaxo auch. Schwamm drüber. Morgenlich sind sich die Wölken wieder und alles ist beim Alten. Wenn du meinst. Hui, das war ein tolles Kämpfer. Schau mal, das hier ist der Feenorden. Ist er nicht einfach entzückend? Hoppla, ich dummerechen. Ich war so fasziniert vom Anblick des Ordens, dass ich beinahe vergessen hätte, ihn dir zu geben. Also, Händchen auf. Ja, also wir haben da den Feenorden erhalten. Ja, jetzt wo du diesen feinen Feenorden besitzt, kommst du mit, äh, kommst du super mit Pokémon bis Level 80 aus selbst, wenn du sie mit deinen Freunden getauscht hast. Ach, und hier habe ich noch etwas für dich, nämlich diese TM. Betrachte sie als ein kleines Geschenk von mir und halte sie in Ehren. Abgemacht, also, Beutelchen auf. Und wir erhalten die TM 99 Zauberschein. So, da ich, da habe ich, da habe ich dumm und doch glatt vergessen, welche Attacke diese TM steckt. Ich hoffe, du kannst mir das nachsehen. Mein Modigeschmack ist auch etwas ausgefrippt, findest du nicht auch? Nun, schon seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, ein Pokémon zu sein. Tja, und genau daraus schöpfe ich die Ideen für meinen pfiffigen Entwürfe. Weißt du, was mein Tränerchen? So richtig eins mit meinen Pokémon fühle ich mich erst, wenn wir einen Kampf in die Ecke getrieben werden. Ich würde ja schon gerne wissen, warum das eigentlich so ist. Hm, vielleicht, weil, hm, nein. Ach ja, ist auch egal, ich will darüber jetzt nicht mein Köpfen zerbrechen. Das ist auch gut so, denn wir wollen da wieder zurückgehen an den Anfang. Ja. Gut. Dann werden wir als nächstes Mal die Pokémon heilen. Ah, hallo Masasi. Wer kommt denn da? Ah, Sana und Joito. Oh, der Feenorden, wie schön ein Glitzer und Funkelt. Ich habe vor, mir die Pokéballfabrik anzusehen. Warum kommst du nicht mit? Pokébälle sind echt fantastisch, weil man mit ihnen Pokémon fangen kann. Sie sind quasi Pokétastisch. Ja, wir kommen gleich nach. Nur Geduld. Als erstes werden wir mal dem Pokémon Center da einen kleinen Besuch abstatten. So, heilen, heilen, heiltrainer, heil. Nee, Spaß beiseite. Dum 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 dum. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind ja wieder topfit. Ja, wir werden bald wieder einmal vorbeikommen. Keine Ahnung an. Irgendwann einfach. Ähm, ja. Wir haben da wieder ein bisschen Geld. Das heißt, wir werden da mal fünf Hypertränke kaufen. Und auch gleich noch ein paar Beleber. Vier Stück. So, nun sind wir schon wieder halber Bankrott. Naja. So, gehen wir da mal wieder raus. Und nun ab zur Pokéfabrik. Pokéballfabrik, wie auch immer. Was sind das? Ah, so. So, mal sehen, ob wir jetzt da reinkommen. Da drinnen unterhalten sich erwachsen. Zeit für Kinder wie dich nach Hause zu gehen. Das ist auch immer noch das Gleiche. Das heißt, wir sollten mit denen da reden. Jetzt haben wir den Salat. Er will uns einfach nicht in die Pokéballfabrik lassen. Mhm. Was sagst du hier? Er will uns in Züttel verwärmen. Nichts, so. Lass mich noch mal mit ihm reden. Ja, Sana, mach dir das. Sein hübschen Mädchen wie dir kann es doch einfach nicht abschaffen. Sana, warte! Ja, Sana. Ah, da kommen ja auch die anderen noch. Serena und Schieterno. Genau. Nanu, was geht denn da ab? Sind da nicht gerade Sana, Banana und Hovater, Tomato vorbeigedüst? Wir wollten uns doch hier treffen, oder? Ich frage mich, was da vor sich geht. Ah! Mein Gott, was ist passiert? Sana, Banana, warte! Halt! Was ist denn jetzt los? Ha! Huh! Hm, was ist denn hier los? Hm, und ihr werdet denn jetzt auch mal hinterher rennen? Team Flair, hier? Da drin geht irgendetwas vor sich. Lass uns mal nachschauen, solange der Typ da weg ist. Gut, nur zu. Achso, ich dachte, das wäre ein riesiges Tor. Ja, war nur ein kleines. Gut. Ist dieser Schwachkopf nicht mal in der Lage, da draußen vernünftig wache zu schieben? Bedauere, aber eine Besichtigung ist derzeit nicht möglich. Wenn ich deinen roten Anzug so betrachte, dürftest du wohl ein Mitglied von Team Flair sein. Zahlen dir die Deppen in eurem Karnevalsverein denn so wenig, dass du einen Nebenjob brauchst? Wie kannst du es sagen, dich über Team Flair lustig zu machen? Los mal klein, zeig diesen Spaß für irgendwas eine Hark ist. Ich erledige das. Geh du schon mal vor. Äh, von mir aus können wir wieder auf das Band. Ach ja. Ja, ist ja geil. Aber ich wollte da nicht unbedingt drauf. Ach, shit. Ja, egal. Wenn ich mit euch fertig bin, werden eure Tränen hinabkullen, wie Poggebelle vom Fließband. Von mir aus. Ja, na klar. Es war ja logisch, dass da wieder die gleichen Pokémon kommen, wie sonst immer. Naja. Ah, und wie könnte das Kaschuzo eigentlich, wer ist denn zu einem anderen Pokémon? Machen wir nachher. Nimm das! One-Shotted. Ja, ein bisschen schwach ist er schon, eben. Naja. So, Golbat gegen Glurak. Los, Glurak. Du bist dran. Ja, also Golbat, wir werden dich da gleich mal... Also, wir entwickeln werden wir jetzt nicht. Setzen wir einfach Feuerseite ein. Ist ja eine relativ starke Attacke. Gefällt mir auch. Aber gereicht hat... Ach, nee, Kung-Fu-Schaia, du kannst nicht mal. Mann. Naja. Gut. Setzen wir eben Schlitz rein, wenn wir uns nicht selber verletzen, was er aber macht. Dummes Glurak. Gut, probieren wir jetzt gleich noch einmal. Komm schon. Ach, du scheiß Glurak. Ja, der stirbt ja da noch. So, wir gehen da wieder gut Glück. Glurak schafft das schon. Ja, eben, nicht mehr verletzt. Habe ich es doch gewusst. Ich habe eben noch Vertrauen in dich, mein liebes Glurak. Und ja, es erreicht gleich Level 45. Will aber leider keine neue Attacke erlernen. Schade. Naja. Oh, du treues Förderband. Befördere mich in eine Welt ohne Leid. Nee, das sollte es einfach nicht tun. Es sollte ihn da lassen und verschimmeln lassen. Ja, aber wir heilen da zuerst einmal unser schönes Glurak da. Zweimal Supertränke sollten geradewegs reichen. Gut, und das bedeutet nun, da das Glurak in Level gestiegen ist, werden wir... Ups, nee. Okay, unser Monargoraz und Relaxo, äh, jetzt wähl das mal an da, später noch trainieren. Ja. Also später, ab jetzt einfach. Flottball. Diese Bälle gefallen mir sehr gut, weil mit denen hat man eine sehr gute Fangmöglichkeit. Äh, ja. Wir müssen wieder da durch. Kann ich da hinten runter? Ja, aber da ist sonst nichts. Gut, gehen wir da eben weiter. Ähm, da kann ich nicht durch. Hier kann ich durch. Um zu kämpfen. Ich bin ein Heulgemeid aus Kalos und der Weltschmerz sitzt tief. Team Flare mit Blit Rüpel. Ich werde dich nun aus dieser Welt verbannen. Ich werde keine Gnade mit deinem Zurückhex haben, das du immer wieder hast. Monargoraz wird dir eine, wie soll ich sagen, etwas erlernen. Wie auch immer. Wie auch immer. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Monargoraz hat nicht unbedingt die stärksten Attacken, die man sich vorstellen kann. Also Knisch ist ja nicht sehr effektiv. Ja, gibt's denn. Magneien. Guck mal ein Typ Unlicht. Dann nützt uns Knisch auch wieder mal nicht viel. Also werden wir da wieder Drachenklaue einsetzen müssen. Schade. Er hat es überlebt. Und natürlich. Ey, die wehren mich alle nur. Haben die keine anderen Hobbys, als mich immer nur ständig zu verwehren? Die können mich mal. So hoffen wir einfach, dass wir hier treffen. Komm schon. Komm schon. Bitte, bitte. Ja. Braver T-Rex. Sehr gut. Ein T-Rex ist eben ein bisschen stärker als ein Hund. Wäre ganz ehrlich gesagt ein bisschen unlogisch, wenn nicht. Also zum Beispiel ein Hund wie Entei oder Rikun oder so irgendetwas. Das hätte ja vielleicht noch eine Chance. Aber ja, ein Magneien. Nee, das nicht. So, wo befördern wir uns nun das hin? Ja, gut. Da hinten hätte es ein Item. Holen wir gerade. Äh, es geht doch schon da. Oh, geht doch. Es ist ein Timerball. Ja, ist irgendwie noch logisch, dass wir in der Pokéballfabrik da viele Pokébälle finden werden. Vielleicht gibt es ja... Ah. Ich kann den Itemradar nicht einsetzen. Schade. Ja gut, aber bevor wir da noch weitergehen, muss ich euch leider sagen, dass es mal wieder das war für den Part. Und ja, im nächsten Part wird es dann mal wieder weitergehen. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.